...Malerhandwerk, aber auch Stuckateur und Zimmerer. Der Vergleich in Brüssel macht dann deutlich, wie gut sie sind. Denn die Gebäude hier werden eher etwas fahrlässig und leichtsinnig gebaut. Und die Qualität des Wohnungswesens hier ist nicht vergleichbar mit Straubing, Nürnberg, Bühl, Stuttgart im Süden Deutschlands. Und deswegen glaube ich, die duale Ausbildung, die Qualität in den Berufsschulen, liebe Frau Fröhre, Kultusministerin, und die Qualität in den Meisterbetrieben, in dem familiären Mittelstand, spricht für Sie und ist eine Grundlage für Ihren beruflichen Erfolg.